Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Quarry. Wir haben ja aufgehört mit ihr, wie sie hier auf der Insel ist und zuerst mal den Vlog vorbereitet hat. Und ich glaube, sie wollte da auf dieses Baumhaus da rauf, wenn man das denn überhaupt Baumhaus nennen kann. Die Insel ist ein unberührter Teil des Steinbruchs, der sich nach dem Abdriften in den See renaturiert hat. Echt cool, oder? Als ich klein war, dachte ich ja immer, dass Inseln einfach so mitten im Wasser schwimmen, wie Luftmatratzen. Doch, ich bin jetzt älter und klüger und weiß, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Wie wenn du glaubst, du hättest nur einen heißen Sommerflirt und dann wird daraus Babysetten für ein haariges Riesenkind. Das Traurige ist, weil du nichts Festes und ihm jeden verdammten Tag Liebesbriefe schreiben willst. Und wenn wir gerade drüber reden, es macht euch doch nichts aus, oder? Wie? Warum rechtfertige ich meine Gefühle, wenn er doch der ist, der voll blablabit ist, oder? Oh, seht. Eine Metapher im Narrativ. Ich meine, ein Scheineweg. Wie passend. Hier kommt die Frage, geht es für mich aufwärts, wörtlich, und ich lasse es gut sein? Oder bleibe ich auf dem bisherigen Weg und schimpfe weiter über mein blödes Leben? Da das hier ja nicht live ist, liegt die Wahl wohl bei mir. Da stand doch gerade jemand, oder? Kannst du dich nochmal umdrehen? Okay. Und das ist also der Treffpunkt. Das ist ein Ort, wo man sich trifft. Äh, ich will das Ganze ja interessant machen, nur... Manchmal ist es halt so, wie es ist. Das wär's wohl dazu. Ja, ich glaub, es ist ja schon dezent Selbstzweifel. Äh, und die... Ach so, machst du jetzt da jedes Mal einen Kommentar dazu. Also, das ist ja die Toilette hier. Nicht schwer zu erraten, was... ...das ist. Hab sie aber nie benutzt. Ein bisschen zu nah an der Natur für mich. Also, ich hab mich ja nie gefragt, wo das Zeug landet. Oh. Oh nein, Gott, nein. Okay, das ignorieren wir jetzt. Einfach mal. Entschuldigung. Ja. Aber normalerweise gibt's für sowas Chemie-Toiletten. Glaub jetzt ja nicht, dass die das da einfach ins Wasser reden lernen. Vor allem in der Moderne, wo das jetzt hier spielt. Wir sind ja nicht dann in den 40ern und so. Also, ich würd sagen, wir gehen nach oben. Okay, es geht weiter aufwärts. Dann mal los. Vielleicht fällt euch auf, dass dieser Weg ein rustikales Flair versprüht. Und das ist kein Zufall. Ich weiß nicht, was auf euren Wegen so los ist. Doch wenn ihr nicht eine Stunde lang einen Splitter aus einem Kinderfinger zieht, dann ist das nicht authentisch. Keine Sorge, dem Zwerg geht's gut. Ich bin gut mit Kindern. Und was sich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Der Spruch zieht sich auch irgendwie durch. Kann ich da jetzt nicht drauf gehen? Doch. Ich dachte, sie hängt jetzt da gerade irgendwie fest. Ja, aber ein Baumhaus ist für das ein bisschen relativ. Das ist mehr so eine echt hohe Plattform. Und sie ist jetzt da oben wie ein Leuchtturm mit ihrem Handy. Ah, ach so. Moment mal, wir können aber da hinten zu dem Haus. Und da waren doch die Lichter an. War das hier? Das war doch hier. Ja, dann passt es wieder mit dem Baumhaus. Dahin gehen wir jetzt. Nicht zu schäbig. Also, buchstäblich schon zu schäbig. Und trotzdem die Aussicht. Pure Gänsehaut. Es gibt auch eine Ziplein, vor der ich... Ehrlich so richtig Angst habe. Aber so ist es halt. Ich bin hier, oder? Ich werde den Tag so hart nutzen, dass er nicht weiß, wie ihm geschieht. Zuerst müssen wir ankommen. Und es gibt noch so viel zu bereden. Ich würde sagen, sie ist mitfühlt. Ich hoffe, Abby ist okay. Sie ist weggelaufen. Falls ihr es nicht wisst, ich... ...hab mit Nick rumgemacht. Aber als Mutprobe. Ich bin echt keine Bitch oder so. Oh, und als Kontext. Abby mag Nick. Also, eigentlich auch gegenseitig. Ich wollte nur die Flammen ein bisschen anfachen. Ihre Flirtversuche glichen den betrunkener Quallen echt schlimm. Der arme Kerl war wie gelähmt. Aber jetzt werden sie es schnallen. Ich wette, sie sind gerade draußen im Wald und lassen es sich massiv gut gehen. Ja, nicht so ganz. So, und wo ist jetzt diese Zipp... Ach, da ist die Zipplein. So, einmal von da nach... ...hier hin. Also, solange ich da oben irgendwie gesichert bin... ...das mache ich. Da hinten scheint es auch noch eine zu haben. Aber ohne Sicherung... ...nope. Das mache ich nicht. Und dann mache ich eine Notfallleiter hier nach unten. Ach, und da muss man hier aufs Dach gehen und... ...geht da komplett auf die andere Seite. Oh, das wäre doch mega cool. Und die... Hm. Da noch irgendwie ins Wasser rein verlassen. Oh, da hast du gerade zwei Sachen. Machen wir das... Erstmal das hier. Oh, schaut. Schlüssel. Vom Polizeiwagen. Muss einer dieser... Tut mir leid, Officer. Ich habe keine Ahnung, was die meinen Situationen seien. Also, lasse ich die besser einfach hier liegen. Okay. Woher weißt du, dass das vom Polizeiwagen ist? Und was machen die jetzt? Zweite Frage. Also, was machen die hier so? Und da sind wir. Wie gesagt, ein extrem klappriges und noch unterwältigerndes Baumhaus. In einer Parallelwelt könnten der kleine Jacob und ich hier Familie spielen. Schatz, ich bin da. Wie war das? Ich habe die Bettzeit der Kids verpasst. Puh, was für eine Begrüßung. Nehmt alles auf. Das ist unverfälschte Sommercamp-Erfahrung. Und seht mal, es scheint, dass jemand vergessen hat, aufzuräumen. Ich denke, eines der Kids hat sein Zeug vergessen. Oder meine Leute. Aber ich erkenne nichts. Habt ihr das gehört? Sieht aus, als hätten wir die Wahl. Wühlen wir in den Sachen von Fremden? Oder öffnen wir die Horror-Falltür und sterben einen schrecklichen Tod? Es gibt buchstäblich keine richtige Antwort. Sehr gute Frage. Da steht durch Suchen, Falltür öffnen. Ähm, mach mal Risiko. Leb wohl, böse Welt. Der letzte Vorhang fällt und keine Zeit für Zugang. Baa! Fuck. Ja. Das war's dann mit alle überleben, würde ich jetzt mal sagen. Shit. Aber gut. Jetzt bis es ist. Super, bisschen leid für Jacob. Ruhig. Ich hab es, er ist okay. Hast du Schmerzen? Nee, nee, sorry, nur... Ich bin echt hungrig. Wir geben dir was im Haus, okay? Ja, okay. Komm schon, komm schon. Oh, Mann. Ich hab so Hunger. Ich weiß nicht, was sie alles so da haben. Vielleicht noch Granola? Gott, ich hasse Granola. Entschuldigung. Also nicht, dass er sich verwandelt. Das wäre ziemlich uncool. Das öffnet die Krankenstation. Sollte reichlich Zeug drin sein. Na, hoffentlich können wir ihn da erstmal versorgen. Ich hol dir was zu essen. Du und ich werden ein Telefon suchen. Oh, äh, ja. Ähm, ist da nicht eins in Mr. H's Office? Ja, aber Gott sei Dank. Wir kommen zu euch. Kapiert. Ich denke, es hat die Fährte aufgenommen. Geh mal mit vorsichtig. Denkst du, was immer sie angegriffen hat, hat... Weiß nicht, ihre Fährte aufgenommen? Was? Ich weiß nicht, was, wenn es Blut geleckt hat und sie jetzt irgendwie verfolgt? Ich... Ich glaub nicht. Ich denke nur, wenn wir bei ihnen bleiben, sind wir dran. Ich weiß nicht. Ich glaub echt nicht. Was auch immer sie angegriffen hat, das kommt nicht in die Lodge. Okay, ja. Ja, du hast sicher recht. Komm schon. Wir brauchen Verstärkung. Seltsam, aber dieser Ort wirkt so tot. Du warst nie nachts hier, wenn das Camp stattfand? Was? Nein, warst du? Kam mal vor. Ja. Wo gehst du hin? Ich... 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 Ich glaub, ich... Ich hör meinen Namen. Ich hab nichts gehört. Ich denke, nix wunden sind nicht so schlimm wie gedacht. Das Telefon wird nicht funktionieren. Das war ja dann das erste Mal in einem Horrorfilm. Ähm... Hoffnungsvoll. Oh, das ist gut. Ja. So, was nun? Wir brauchen jetzt Hilfe. Wo ruf ich an? Äh... Mr. H? Hab nur die Nummer von diesem Telefon. Okay, dann 91.1. Du meinst 911? Wer sagt 91.1? Ich weiß nicht, ich... Scheißegal, Mann. Aber, äh... Wonach soll ich fragen? Polizei? Nach nem Arzt? Ha. Beides vielleicht? Ähm... Entschloss die Polizei. Ja, dann kommt wieder der Psychobulle, oder? Ähm... Aber die haben auch wieder Waffen. Nach nem Krankenwagen fragen. Ich geh mal mit... Ich geh mal mit Krankenwagen, weil ich glaub, da ne Bulli ist ja eh schon da. Aber vermutlich länger von der Seite. Denkst du, du solltest direkt nach nem Krankenwagen fragen oder rufst du einfach Hilfe, Hilfe? Die sagen so, Notfallzentrale, wie kann ich ihnen helfen? Und ich... Hilfe, Hilfe, meine Freunde wurden angegriffen. Es waren Bär, oder auch kein Bär, doch definitiv ein Tier mit Zähnen. Einer wurde gekidnappt von diesen Jägern mit Blut im Gesicht und es sind Schüsse gefallen. Doch nicht von uns, aber vielleicht doch von uns. Und... Sie haben meinen Freund Jacob vom Baum geholt. Ja, das trifft so ein Gefährt. Ja, ja, das... das ist gut. Okay. Notfallzentrale. Was ist los? Tod. Äh... Misstrauisch. Wirklich komisch. Leitungsausfälle. Kommt halt vor. Genau dann, wenn du die Cops rufst. Das ist reiner Zufall. Hast du versucht aufzulegen? Was? Hier. Was machst du denn da? Keine Ahnung, das machen sie in Filmen, wenn es nicht mehr tutet. Du tippst auf dieses kleine Ding hier. Wir sind hier nicht im Film. Okay, gut. Aber im Spiel. Nur, woher weißt du das? Möglich, dass sie wollen, dass du das denkst, Mann. Okay, so viel zum Telefon. Niemand hat Empfang. Ist sonst noch irgendwo im Camp ein Festnetzanschluss? Hm, nicht so direkt. Was? Der Radioschuppen hat alte Funkausrüstung. Wo... wo du deine Ansagen machst? Wo ich meine coolen Sommertracks mische, ja. Und wo ich die Durchsagen mache. Es gibt dort alte Geräte. Ich denke, wir könnten vielleicht was basteln und einen Notruf senden. Okay, ja. Lass uns schauen, ob wir jemanden kontaktieren können. Leg das weg, Dylan. Nein, leg das nicht weg. Ich lege es zurück, wenn wir gerettet und in Sicherheit sind. Okay, sei vorsichtig. Ist schon gut. Okay. Es, äh, liegt wohl am Wetter. Am welchem Wetter? Was für Wetter, Ryan? Ja. Bestimmt waren es die Bären. Bären. Und wieso sind Bären an einem schuld? Okay. Also, das ist dein Argument. Was, wenn der Bär, der, äh, die Leitung gekappt und den Strom abgestellt hat, was, wenn dieser Bär draußen im Flur auf uns wartet? Verflext. Siehst du? Wir sollten besser Ketlin verraten, was wir vorhaben. Sie schiebt sicher Panik. Ja, okay, ja. Los geht's. Ja, aber nur so eine Frage. Wie wollt sie denn das Radio nutzen ohne Strom? Oh mein Gott. Ja, wir bringen die am besten zu Ketlin. Was, die braucht sie nicht, oder? Geh mit ihr Waffe aggressiv. Die braucht sie doch nicht wirklich, oder? Äh, sie braucht sie genauso sehr wie wir. Sie ist jetzt in der Lodge. Wir gehen da gleich eh hin. Du hast doch eben selbst gesagt, da könnte was gefährliches sein in der Lodge. Wann? Gerade 20 Sekunden her. Okay, sicher. Aber das war nur, weil ich endlich eine Waffe wollte. Jetzt gib ihr das Ding, Mann. Ja, wir geben mir die Waffe. Wir sind ja, glaube ich, eh zusammen. Okay. Du hast recht. Hey, wir haben ja noch meine. Sei extra nett zu mir und vielleicht darfst du auch mal. Schreib kein Check, den dein Arsch nicht packt. Mein Arsch hat ein fettes Bankkonto. Was war das jetzt für eine Aussage? Aber, nein. Kopf hoch, Großer. Ich, ich wüsste nicht, was ich damit tun soll, okay? Ich vertraue dir. Oh, danke schön, Dylan. Du bist so großzügig und stattlich. Ja, kein Problem. Mach ich doch gern. Das ist so doof. Oh, sieh schon wieder. Oh, schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ach, ist es wieder so weit? Sieh an. Die Kraft kann überraschen. Nicht jeder weiß, was in ihm steckt. Dass man Zugang zu bisher ungeahnten Energien haben kann. Es wirken vielerlei Kräfte in uns allen. Und was die eine Hand uns gibt, das könnte die andere uns auch wieder wegnehmen. Wie immer gibt es mehr zu sehen. Und wie immer entscheidest du. Willst du noch was sehen mit mir? Du bist creepy. Aber ja, ich möchte gern mehr sehen. Okay. Okay, der Typ scheint da in die Lodge reinzugehen. Du verabschiedest dich also. Denk an Folgendes. Vergiss nie, wer deine Freunde sind. Die Menschen, die auf dich Acht geben. Okay. Vergiss nie, wer meine Freunde sind. Mysteriös. Und ein neues Kapitel startet. Hey, ich hab nichts zu essen gefunden. Die Küche ist geplündert. Verdammt, meine Tasche. Das ist für dich. Das war... Fuck. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist alles verschwommen. Wie geht es dir? Naja, gehen wir auf dankbar. Geht schon. Das wird wieder. Dank dir. Nein, nein, ich hab kaum geholfen. Dank lieber... Caitlin und Ryan. Du bist bei mir. Das hilft. Das ist schon irgendwie süß. Ich mag sie. Okay. Sie suchen nach nem Funkgerät oder so. Wozu das, ähm... Äh... Oh, äh, da war noch eins in Mr. H's Büro, also. Zum Schutz. Was ist mit dem Licht? Weiß nicht. Schon besser? Das wird schon wieder. Denk ich. Was? Wollen Sie zum Radio schuppen? Genau, das Telefon ist tot. Sie wollen von dort SOS senden. Wir halten die Stellung. Oh. Ja, ansprechen bitte. Habt ihr das auch gehört? Äh... Ich dachte, Dylan und Ryan wären schon weg. Wartet. Ich sehe mal nach. Äh... Wir bringen... Vorsichtig. Es ist vielleicht gefährlich, ja. Wer weiß, was da draußen ist. Vielleicht gefährlich. Ja, genau. Deshalb will ich nachsehen. No. Bleibt doch drin. Ich weiß nicht, ob es schlau wäre, sich irgendwie zu verschanzen. Ich habe jetzt die Waffe... Ne. Halt die Waffe bereit, bitte. Oh, nein. Er kommt jetzt nicht von da, oder? Ah, gut. Er ist es. Ich dachte schon, dass es ein Monster ist. Ich weiß nicht. Irgendwie bin ich entspannt, wenn ich ihn sehe. Shit, 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 shit. Da habe ich ein Event verpasst. Also, das ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber... Was? Naja, ich habe gerade an den Anfang des Sommers gedacht, als wir uns kennenlernten und den Start des Camps. Und da der Sommer nun bald vorbei ist, frage ich mich, ob wir uns danach nochmal wiedersehen, weißt du? Oh, sorry, Nick. Was hast du gesagt? Hey. Sorg dich nicht um Caitlin, sie ist zäh. Ich weiß. Tut mir leid, Nick. Ich bin abgelenkt. Lass uns erst die Nacht durchstehen, okay? Ich kann mich auch täuschen, aber ich hatte das Gefühl, dass... ...wohin mehr zwischen uns beiden hätte passieren können. Nun... Hättest du dir gewünscht, dass mir passiert? Was? Bist du dumm? Hey. Sorry. Ich wollte das jetzt. Natürlich wollte ich, dass mir passiert. Ich war... ...nicht sicher, ob... ...du auch willst. Das... ...scheint jetzt schon so lange her zu sein. Du hättest aber auch mehr gewollt? Ähm... Sag's mir ruhig. Ja... ...glaub schon. Hm. Das sagst du nur, weil ich verletzt bin. Nick! Er verändert sich. Was ist denn da draußen los, Caitlin? Versteck dich! Los, beeil dich! Schon okay, ich schaff das. Ich schaff das. Oh mein Gott. Was ist los? Wo ist das Gewehr? Wir müssen hier raus. Nein, versteckt euch! Ähm... Okay, probieren wir verstecken. Schnell. Aber andererseits... Ah, ich glaub, der wird uns finden. Oh mein Gott. Ich bin mir halt nach wie vor nicht sicher, ob er jetzt gut oder böse ist. Gut, in der Situation halt wohl böse. Wenn das jetzt hier so ne... ...Action-Scene ist. Kann ich mehr lang halten. Oh fuck. Was? Was? Ja, scheiße. Hab dich. Oh, das war mit der Kraft gemeint. Er... Ja. Schaut euch sein Gesicht an. Ja, doch. Ich glaub, er kann jetzt den guten... Er will es aufhalten. Hm. Schwierig. Im Radioshopen gibt es also echte Technik. Ich dachte, das reicht nur für deinen Augenländer. Oh ja, ja. Früher wurde das Ding sogar als echter Radiosender genutzt. Ähm... Ich mein, technisch ginge das immer noch, aber heute bringt keiner mehr ein Radio ins Camp. Ja. Irgendwie schon komisch, dass die Kids früher Radio... ...Agrat für die Player und so mitbringen durften. Ich mein, heute braucht man für alles nur noch sein Handy, aber Mr. Hackett kassiert es gleich an Tag 1, damit niemand von Technologie abgelenkt wird. Technologie. Sie gibt nicht nur, sie nimmt auch. Das ist wohl wahr. Etwas, das du später mal machen willst? Äh, Camp Radio? Ich mein, ähm, DJ oder Musik oder so. Oh, ähm... Ja, ich mein, ich mag Musik, aber... Ich dachte an ein Studium der, ähm... Quantenphysik. Ja, nee, ist klar. Wir haben Quantenphysik. Warte, was? Ja. Äh, du wirkst nicht grad wie ein... ...Wissenschaftler. Schon klar, ich mein, also... ...nicht, nicht hier. Ähm... Sondern, wo? Und was macht's für einen Unterschied, wenn's woanders ist? Tut, äh, tut mir leid, das macht mich jetzt irgendwie neugierig. Was meinst du mit nicht hier? Nicht hier im... Camp. Ich, ähm, mache das zu Hause. Und, ähm, hier bin ich... Bist du, ähm, klugscheißer Klassenclown? Äh, so würd ich's nicht sagen, aber... Was? Okay, gut, vielleicht bin ich mal in eine peinliche Gesprächssituation hineingeraten... ...und hab sie mit diversen Witzen ein wenig überkompensiert. Du trägst dazu bei. Ja, ich meine, die anderen... ...mochten den blasierten Dillen. Und, äh, und du? Magst du den blasierten Dillen? Naja, wen interessiert's mal? Ist ja ganz cool. Ähm, ich mag Dillen, Dillen. Nun, schön, dass du hier bist, Dillen, Dillen. Ich bin Ryan, Ryan. Naja, eigentlich bin ich... Lass uns schnell hier verschwinden, Ryan. Ja, den mag ich. Äh, das ergibt wirklich Sinn. Okay, liebe Leute. Wir sind an der Zeit. Wir machen an der Stelle Schluss. Und bei der nächsten Episode geht's dann weiter mit dem Radio. Wenn wir's bis dahin überhaupt schaffen werden. Denn wir werden verfolgt. Spannend. Muss sagen, Spiel gefällt mir bis jetzt wirklich sehr, sehr gut. Es ist eigentlich mehr, ja, interaktiver Film. Echt cool gemacht. Und es gibt sogar einen eigenen Filmmodus, den wir eigentlich mal so ausprobieren, wie das dann ist. Aber ich glaub, da kannst du dann wirklich nur die ganze Zeit zuschauen. Kannst dann vorenstellen, äh, wer stirbt und wer nicht stirbt. Beziehungsweise die ganze Gruppe. Aber ja. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch so gefällt. Wenn ihr wollt, lasst sogar einen Daumen nach oben da. Ich bin draußen. Und wir sehen uns bei der nächsten Episode. Und wir sehen uns bei der nächsten Mal. Und wir sehen uns bei der nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.